Ja, somit spielst du halt seit langem mal wieder absolut den Aufbaugegner. Und am 19. zum Nachbricht zur 4-1-Klatsche beim FC Augsburg. Die Halle als 0-1-Führung. Führig siebte Minute in der 30. der Ausgleich durch Oxford. 2-1 in der 53. durch Hoveleo und in der 72. 3-1 Niederlechner. 81. Endstand 4-1 Finn Burgersson. Im Startelf-Tipp ist es eine 8 von 11. Kimmerich statt Förster und auch Führig statt Kulibali. Ja, Mafopanos war davor verletzt, also auch nicht in der Startelf. Kleiner Muskelfaser ist im Beckenbereich, hieß es da vor dem Spiel. Wir haben tatsächlich auch, bin ja mit VfB, aber hingereist. Quasi vor der Abfahrt noch haben wir ihn aus dem Bus aus, wir haben vor 1.2 mit seinem Wagen rausfahren sehen. Haben schon überlegt, warte mal, hä, ist die Mannschaft nicht eigentlich schon los? Oder wie sieht es da jetzt aus? Da kamen schon die Gerüchte, fällt ja vielleicht tatsächlich aus, war ja voll scheiße. Ja, kam so. Stimmung war dann wirklich auch sehr, sehr geil am Anfang. Also als wir dort angekommen sind, im Auswärtsblock oder bei uns im neutralen Block, direkt neben dem Auswärtsblock, so, war es sehr, sehr nice. Das SWR hat eben nochmal in ihrem Dein-VfB-Format gesagt, dass es über 2000 Fans waren. So kam es da rüber. Also wirklich auch die gesamten neutralen Blöcke drumherum waren alles VfB-Fans. Sehr, sehr geiler Support, natürlich auch rund ums 0-1 und darum die Anfangsphase, vor allem ging es später logischerweise, wenn das Spiel nicht mehr so läuft. War es natürlich eher ein bisschen ruhiger noch. Nach zwei Minuten müssen wir eigentlich einen Elfer bekommen, so kriegt man halt nicht. Al-Gadoui wurde gefoult. Nach sieben Minuten dann die Belohnung. Für wirklich eine sehr, sehr präsente Anfangsphase, sehr guter Beginn, führe ich 0-1. Da wirklich, das sah es gut aus. Da, wie gesagt, 11 oder 10 in der zweiten Minute, wir haben wirklich gut gestartet. Hatte echt Hoffnung hier auf den souveränen Auswärtssieg, so, ne. Kam wirklich mit sehr viel Hoffnung in das Spiel rein und mit sehr viel Erwartung rein hier. Hier in Augsburg darfst du gerne mal gewinnen, so. Sah gut aus. Ja, den Torschützen haben sie dann kaputt getreten bekommen. 22. kam Kuli Bali rein für Führig. Und dann auf einmal zwischen Führungstreffer und Auswechslung quasi. Irgendwie 15. Minute bis zur 20. Irgendwie sowas. Ja, fängt man an, das Spiel einfach komplett aus der Hand zu geben. Also wirklich komplett grundlos fängt man an zu struggeln. Oxford nickt in der 30. dann easy ein, 1-1. Das heißt, wirklich schon lange nicht mehr so strugglend über 70 Minuten im Stadion. Also wirklich nicht. Also unglaublich. Bei jedem Angriff von Augsburg Schiss gehabt. Du hast gesagt, dass wieder irgendwas passiert. Bei jedem Standard wieder Schiss gehabt. Dann Humpelkämpf noch verletzt vom Platz. Das war ohne gegnerische Einwirkung, glaube ich. Ja, Mola kommt. Und damit waren auch da nur noch eins von drei aus der Stammdreierkette am Start. Wir müssen über Verletzungen nicht immer groß sprechen. Aber es ist unglaublich. Man muss da halt langsam auch tatsächlich einfach mal diese medizinische Abteilung, Belastungssteuerung und so weiter einfach mal wirklich knallhart hinterfragen. Weil es kann nicht nur Zufall sein. Es können auch nicht nur gegnerische Einwirkungen sein. Da muss auch irgendwie was schief laufen. Weil irgendwann ist das, wie gesagt, nicht mehr mit Zufällen oder sonst was zu erklären. Die Davi dann in der Halbzeit geht raus für Förster, wo der Gelb-Rot gefertigt ist. Hatte so ein bisschen auf eine Halbzeitansprache gehofft. Da stand ja noch 1-1 so. Da ging ja noch was. Aber da kam dann doch wenig in der zweiten Halbzeit. Die Ecke verkacken sie komplett, die zum 2-1 führt. Bredlow auch überhaupt gar keine Strafraumbeherrschung. Null. Hüpft da raus. Kriegt nicht mehr erklärt. 2-1 in der 53. Danach hat man kurz eine Phase mit zwei Abschüssen aus Spitzenwinkel. Klimovic und Mangala waren das. Aber am Ende des Tages kommt halt über das Spiel hinaus nichts bei rum. Also es war wirklich frustrierend, das anzugucken. Weil man kommt an den 16er. Man kommt in Positionen, was wir schon öfter hatten, historisch beim VfB irgendwie. Wenn man nicht so gut läuft, dann spielt man halt lieber Handball um den 16er. Wirklich keine Fernschüsse, gar nichts. Jetzt, ich glaube wirklich der einzige Fernschuss vom VfB, oh Wunder, war das Ding von Führig, was dann drin gelandet ist. Ich glaube, sonst habe ich keinen Fernschuss vom VfB gesehen. Klar, die standen auch tief drin. Die Augsburg war logisch, aber da ist trotzdem einmal abziehen können. Irgendwie auf eine Abfälschung hoffen können. Ein bisschen Torgeilheit zeigen können. Das war aber nicht da. Man spielt lieber Handball drumherum. Koulibaly kriegt auch noch gelb. Dann durch den Ball wegschlagen. Irgendeine Situation war recht repräsentativ. Also ohne jetzt auf irgendeinen Einzelnen irgendwie hier reingehen zu wollen. Aber Koulibaly auch heute wieder oder gestern wieder ein ziemlicher Totalausfall gewesen am Sonntag. Will einfach nicht da vorne. Das hat die Führig-Auswechslung doppelt weh oder die Verletzung doppelt weh. Mola schmeißt sich nochmal rein. Forst 3 zu 1 quasi. Cratches Ding noch weg. Hat wirklich auch ein ordentliches Spiel gemacht. Fahir kam auch rein. Es ist halt das perfekte Simpel gerade, dass man einfach auf einen 18-jährigen Stürmer hoffen muss. Der in unsere Rangliste irgendwo bei Stürmer Nummer 4 oder 5 rumschimmelt. Also ja, keine Ahnung. Das Prinzip Hoffnung halt. Also das 3 zu 1 so einfach dann erbärmlich verteidigt am kurzen Forst. Komplett einfach für Augsburg. Das war wirklich komplett schlecht. Und dann so drei Standardtore hat Augsburg gereicht. Machen wir das vierte Tor noch aus dem Spiel hinaus. Der war auch absolut haltbar, der Schuss. Ja. Somit spielst du halt seit langem mal wieder absolut den Aufbaugegner. Komplett zum Kotzen. Gerade in Augsburg halt tut es nochmal irgendwie doppelt und dreifach. Ja, geht nochmal mehr auf den Sack, was einfach gegen diese Weinzierl-Truppe war. Es muss einfach nicht sein. Wie gesagt, auch die Stimmung angekippt nach Spielende. Pfiffe und natürlich auch zurecht angepisste Fans. Die haben den Support rausgehauen. Das Team, Leistung nicht unbedingt. Und zumindest auch hier Mentalität und hier Motivation und so. Also da kamen auch deftige Aussagen dann von die Davi. Die nur nach dem Motto, in den ersten 20 Minuten haben wir auch gekriminiert. Dann ist das Besondere typisch für uns. Hat der Kicker geschrieben. Hören wir einfach, oder hat zitiert. Hören wir einfach auf zu spielen. Genauso wie gesagt. Du führst und gefühlt deine eigene Führung macht dir dein Spiel kaputt. Aus Gründen, die ich nicht verstehe. Erzählt vom Einstellungsproblem. Nimmt das Lazarett nicht als Ausrede. Das erste Mal nicht genug gegeben auf dem Platz und so Geschichten. Also, puh. Missl hat noch mit seinem Instagram-Post. Man gewinnt und verliert zusammen. Zusammenhalt wichtig. 100 Prozent. Hat die Hoffnung auf über 40.000 Gebiet gefällt. Der Support wird auch extrem, extrem wichtig in diesem sauwichtigen Heimspiel von Länderspielpause. Ja, die Riesenchance verpasst einfach. Sieben Punkte weg vom Relegationsplatz wäre es gewesen. Nicht genutzt. Platz 13. Augsburg bleibt weiter 16. Dann mit neun Punkten. Jetzt nur noch einer weniger als wir. Punktgleich auch Frankfurt. Wir sind fünf weg vom direkten Abstiegsplatz. Das sind die Bielefelder. Und wir sind auch punktgleich mit Bochum mit den zehn Punkten. Augsburg hat Wolfsburg vor der Prost auswärts. Danach Länderspielpause, wie gesagt. Danach kommen die Bayern nach Augsburg. Und es geht nach Berlin. Wir haben Bielefeld vor der Pause. Danach geht es nach Dortmund. Und dann zu Hause gegen Mainz. Man auf dem Match fällt hier wieder mal ziemlich schwierig. Sicher drei Leute irgendwo rausziehen zu müssen. Voting natürlich in den Community-Tab. Ihr wisst Bescheid. Und natürlich alle Kommentare zum Spiel. Führ ich ganz klar. Auch wenn es nur 20 Minuten waren. Keiner nichts dafür, was er da verletzt runter musste. Ja, starke Anfangsphase dabei gewesen. 1-0 gemacht. Klare Geschichte. Mola fand ich tatsächlich wirklich auch erfrischend. Auch wirklich recht stabil und ordentliches Spiel gemacht. Nach der Einwechslung für Kempf. Und dann, wie gesagt, fällt mir schwer, noch irgendwie einen Dritten zu suchen. Viele ähnlich, mäßig unterwegs. Irgendwie vom Gefühl her nehme ich noch ein Sosa mit rein. Kommen wir zu den Tweets. Nummer 1. Jo, mit Ansagentabelle ist es übrigens völlig egal, wie dreckig oder lieb Augsburg spielt. Nennt sich Abstiegskampf. Das Spiel darfst du nicht verlieren. Kein Vorwurf an der Rumpftruppe. Aber du darfst es nicht verlieren. Brauchtet mich viel dazu sagen. Es spricht eigentlich genau das wieder, was ich auch zum Spiel denke. Nummer 2. Verletzt oder nicht einsatzbereit. Müller, Kempf, Karasur, Mafropanos, Silas, Ekloff, Milo, Massimo, Marmusch, Fürich, Sascha, Sanko, Cissé. Okay, das ist mehr als eine ganze Startelf, die uns fehlt. Das stimmt natürlich auch. Pro 100 Prozent. Das Lazarett ist krank. Habe jetzt hier am Montag auch noch vorhin das Video mit einem guten Armin-Tuber aufgenommen. Da habe ich auch gesehen, auch sogar ein Kader mit 24 Spielern. Wenn bei den 14 Leute wie bei uns, oder 13, 14 Leute wie bei uns ausfallen, dann können die gar keinen Kader mehr stellen, der in der Liga funktioniert mit 11 Feldspielern und Aussichtsspielern. Also das ist schon komplett geisteskrank, was bei uns da verletzungsmäßig abgeht. Das muss man halt einfach so sagen. Das einzige Ding ist halt, dass das absolut nichts Neues ist. Wir haben das seit Saisonbeginn, also ist die Ausrede immer noch legitim, aber sie nervt halt langsam. Gutes aber, wenn man sich mal historisch die anderen Saisons anguckt, wie da oft direkt auf die Fresse und Unruhe und auch aus dem Verein raus Unruhe kommt, das ist ja nicht so. Die Ruhe ist hier da. Wir arbeiten mit dem, was wir haben. Auch ein bisschen Tadrino halten sich da immer recht bedeckt, recht ruhig. Da könnte vielleicht der Spruch helfen, in der Ruhe liegt die Kraft. Vielleicht mal ein anderer Weg, den der VfB geht, weil sonst wäre normalerweise direkt die ganze Hütte abgebrannt. In solchen Situationen bewahrt man ein bisschen mehr die Ruhe. Und der Letzte hier, lege mich fest, dieses Spiel wird unserer Moral sehr gut tun. Der ein bisschen schwieriger tut, wenn ich hier rausgesucht habe, weil ich glaube, der war noch vor Spielbeginn oder rund ums Spielbeginn. Aber der passt so in das, was ich auch noch ansprechen wollte, nämlich dieses Prinzip Hoffnung. Plus, was wir als VfB auch historisch sehr oft gebraucht haben und was wir jetzt absolut bekommen haben am Sonntag, ist dieses typische Hallo Wach. Dieser Schlag in die Fresse, um mal wieder aufzuwachen und um zu liefern. Das ist vielleicht ein Hoffnungsschimmer-Argument. Ich weiß, ein bisschen lang hergezogen, aber das macht vielleicht so ein bisschen Hoffnung für Samstag eben, dass da vielleicht eine Trotzreaktion kommt. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.